Fange ich mal an mit der Präsentation. Ich weiss jetzt nicht, ob das gut ist, dass nicht so viele da sind. Ich habe echt nicht gewusst, was mich erwartet, ob ich nur mit zwei Leuten hier eine Präsentation mache oder ob hier der Raum voll ist, weil ich PLT-Member bin. Daher habe ich echt nicht gewusst, was mich erwartet. Okay, heute geht es um die Roadmap. Ich möchte da etwas im Detail vorstellen, was sich hinter diesen Schlagworten jeweils verbirgt. Ich bin der Thomas Hunziker. Ich bin seit noch nicht ganz einem Jahr im Production Leadership Team von Joomla. Das sind diese Leute, die sich... Ah, es kommen doch noch welche. Sind diese paar Leute... Zeige ich noch. Nächste Folie. Nee, PLT sind im Moment neun Leute, glaube ich, wenn ich es richtig zählt habe. Wir kümmern uns um den Code, alles, was irgendwie damit zusammenhängt. Auch das API Joomla.org und die Dokumentation, das gehört auch etwas noch zu diesem Bereich. Das Bild oben links ist das, was ihr normalerweise seht, wenn ihr mich im Internet irgendwo antrifft. Normalerweise habe ich nur diese Auge und Nase. Das wäre ich. Ich bin verheiratet seit fünf Jahren, habe eine zweijährige Tochter. Das zweite Kind kommt dann im Februar. Ich bin Angestellter bei der Schweizer Eisenbahn. Arbeite da eigentlich ohne... Ohne, also nicht im Softwaregewerbe, ich bin Netzwerker, gelernter Informatiker, aber eben in der Netzwerkabteilung tätig. Neben Joomla PLT entwickelte ich eine eigene Erweiterung noch. So, und das ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt zu Joomla kam. Das ist so, ich bin Sermonspeaker, das ist so für Kirchen, um Predigten hochzuladen und dass sie die gut verwalten können. Und bei Joomla habe ich angefangen, so um Beta 1.5 rum, dort irgendwo, und bin dann immer mehr reingerutscht, bis eben letztes Jahr im PLT. Hier, um diese Frage zu beantworten, ich bin Ausländer, ich wurde hier als International Redner aufgeführt. Das hat mich etwas belustigt, weil ich mich eigentlich nicht so als Ausländer fühle, obwohl es, ich merke es jetzt schon, es ist etwas eine Fremdsprache und ihr hört es wahrscheinlich auch. Ich komme aus der Schweiz, dort eben so zwischen Bern, Zürich, irgendwo angesiedelt. Der Ort heisst Oberenfelden, ist neben Aarau, aber wahrscheinlich kennt das keine Sau. Ist eine relativ kleine Stadt eigentlich, für deutsche Verhältnisse wahrscheinlich sowieso, ist wahrscheinlich sogar Zürich klein. Ja, das ist die Roadmap, die wurde Anfang Jahr vom PLT vorgestellt. Die Adresse habe ich unten reingeschrieben, die findet man, ist glaube ich relativ prominent, auch auf der Seite. Ihr seht hier schon, es ist eigentlich immer, hier habt ihr den Minor Release, der vorgesehen war, mit den Hauptfeatures, was man da erwarten kann. Und hinten dran ein Datum. Ja, also das wäre nicht das Jahr, das wäre der April 30, das war so gedacht. Die Idee von dieser Roadmap ist, dass wir eine ungefähre Vorstellung geben können, wohin wir wollen mit Jomla. Ja, das ist in keinem Masse irgendwie eine fixe Sache, die wir unbedingt jetzt so unbedingt haben wollen. Das heisst auch nicht, dass nur das reinkommt. Das ist einfach das, was PLT mal gesagt hat. Doch, das finden wir, ist ein sinnvolles Ziel, das wir erreichen wollen, um ein Problem zu lösen, das wir eigentlich haben. Wer das dann schlussendlich macht, ist immer die zweite Frage, weil PLT selber ist eigentlich nicht der Sinn, dass wir das machen, sondern dass das eigentlich von Community gemacht wird. Daher auch, ihr seht es hier auch schon, Jomla 3.4 September 15, das wäre Montag, also 15. September. Es ist im Moment noch keine Beta vorhanden, von daher würde ich mal schwer davon ausgehen, dass Montag nicht der Release-Termin sein wird von 3.4. Das Originalplan übrigens war April, Mai, Juni 2015. Alle zwei Monate war mal der Plan, dass wir so eine Minor-Version releasen können. Die Idee dahinter, hinter diesem zwei Monatszyklus, ist eigentlich auch, dass wir die Minor-Releases, also diese eben 3.4, 3.5, 3.6, dass wir diese klein halten können und somit auch besser testbar machen können. Wenn wir nur ein paar wenige neue Features reinbringen, ist das viel übersichtlicher zum Testen. Gerade auch für die JBS dann, die das auch checken sollte irgendwie und handeln können sollte. Das geht sonst in die Tausende. Das war das Problem, das wir mit Jomla 3.2 hatten. Das war so ein immenses Monster, das konntest du gar nicht mehr richtig testen. Und entsprechend haben wir auch mit Contexts und so immer mal wieder Bugs, die hier immer wieder aufpoppen und die wir immer wieder angehen müssen. Ja, David Jarten hat schon gesagt, wegen der Strategie, jeweils bei jedem Release hier, heisst auch, also wenn jetzt montags wirklich diese 3.4 rauskommt, würde sich der Support-Zeitraum wieder neu auf neue zwei Jahre ausdehnen. Also ab diesem Termin, wo die 3.4 rauskommt, ist wieder zwei Jahre supported, bis 3.5 rauskommt und dann ist die 3.5 wieder zwei Jahre supported. Also immer die letzte meiner Version, die rauskommt, die ist für zwei Jahre supported, die vorherigen, da updatet man einfach. Das Ganze auch eben updatet man einfach da, wir erwarten da, dass nichts kaputt geht, wenn man updatet. Das soll rückwärtskompatibel sein. Eine Erweiterung, die für 3.0 geschrieben ist, die hat auch für 3.99 zu funktionieren. Das ist das, was wir uns auferlegen und eigentlich auch was sinnvoll ist. Das ist das, was wir eigentlich auch erwartet. So, gehen wir mal die einzelnen Releases etwas durch. Soweit mir die Zeit dann reicht, mache ich das bis zum Ende, sonst brechen wir vorher ab. Joomla 3.4 war ein Hauptpunkt war dieses Weblinks, dass wir dieses aus dem Core eigentlich die Kappen rauspflücken und optional verfügbar machen. Dabei ist das Ziel, dass das nur bei neuen Installationen wegkommt. Also wenn ihr eine 3.4 neu installiert, dann habt ihr das Weblinks nicht mehr dabei. Das könnt ihr dann über den Webinstaller aus einer speziellen Gruppe oder Kategorie da, das muss man auch noch irgendwie definieren. Aber die Idee ist, dass es wie eine Community-supported Erweiterung gibt, wo man dann das Weblinks optional installieren kann, wenn man das braucht. Wenn ihr von 3.3 updatet auf 3.4, dann bleibt das Weblinks drin. Das Einzige, was passiert ist, dass ein eigener Update-Server hinterlegt wird und ihr dann von 3.4 weiter eigene Updates kriegt für das Weblinks und für Joomla, unabhängig von anderen. Das ist der Hauptgrund, warum man das überhaupt machen will. Die meisten von euch werden wahrscheinlich Weblinks nicht nutzen auf eurer Seite. Da gibt es bessere Varianten, wie man so eine Weblinks-Sammlung macht oder wie man das machen will. Heute kannst du es deinstallieren, das ist eigentlich nicht das Problem. Beim nächsten Joomla-Update sind die Dateien aber wieder da. Wenn man etwas geändert hat dran. Soweit auch nicht so das Problem, aber es ist natürlich möglich, dass da auch Sicherheitslücken drin sind, theoretisch, oder welche Bugs. Man sollte einfach Erweiterungen, die man nicht nutzt, sollten auch nicht installiert sein. Deshalb wollen wir, dass man das sauber deinstallieren kann und die nicht von selber plötzlich wieder da sind. Das ist der Hauptgrund. Ein anderes Feature ist das Composer-Integration. Das interessiert den Endanwender nicht. Das ist eine rein interne Angelegenheit, wie wir die ganzen Bibliotheken, wie die Sachen vom Framework und die Sachen, PHP-Mailer und solche Sachen, wie wir die eigentlich integrieren. Beides für Weblinks wie für Composer, für diese Main-Features eigentlich, gibt es Pull-Requests. Die sind zu wenig getestet im Moment noch. Code-Review ist noch nicht gemacht oder zu wenig gemacht. Dort bräuchte Hilfe jemand oder ein paar Leute, die das mal anschauen, sich dem annehmen. Neben diesen Hauptfeatures gibt es jetzt bei 3.4 auch neue Sachen, die für euch Endanwender oder auch Site-Integratoren interessant sind. Das ist aber nicht auf der Open-App gewesen. Eines ist eben zum Beispiel diese Update-Sites. Da hat er dir vielleicht auch schon das Problem, da installiert man mal eine Erweiterung. Man prüft, ob neue Updates da sind. Und irgendwann kommt mal eine Meldung, ja, dieser Update-Server war nicht erreichbar. Der hatte gerade Schluck auf oder was auch immer. Heute ist es so, dass Joomla diesen Update-Server deaktiviert in der Datenbank drin und nie mehr aktiviert. Also einmal Schluck auf, das Ding kannst du vergessen. Das müsstest du in der Datenbank selber wieder aktivieren gehen. Das ist natürlich nichts. Das wollen wir nicht. Der Nikolas von Akeba, der hat das mal eigentlich eine einfache View dazugefügt, dem Extension Manager da. Jetzt kriegt ihr dann eine Liste mit all diesen Update-Servern. Und wenn irgendeiner mal nicht erreichbar war, hat ihr einfach ein X hier davor. Ganz normal, wie auch bei den Artikeln auch. Draufklicken ist wieder aktiv. Ja, es lohnt sich wahrscheinlich dann, von Zeit zu Zeit mal da vielleicht mal vorbeizuspucken. Wenn irgendwie keine Updates kommen, vom JCE oder so. Wenn ihr da zwei Monate kein Update habt, ist wahrscheinlich der Update-Server nicht mehr da. Es gibt andere Sachen, die Modulbearbeitung im Frontend, die dazu kam. Zum Beispiel, die gab es ja schon. Wenn ihr jetzt über so ein Modul mit der Maus drüber gefahren seid, habt ihr da das Kästchen gekriegt. Wenn ihr draufgeklickt habt, seid ihr ins Backend gekommen, mit dem Modul schon offen und konnte das ändern. Aber es ging immer ins Backend. Und neu kann man das dann direkt im Frontend anpassen. Safe und man sieht gerade die Änderungen. Das war ein Google Summer of Code Projekt. Ich glaube das dieses Jahr oder? Nee, letztes Jahr. Und hatte dann zu wenig Tests und ist dann jetzt eingebaut worden. Dann gibt es noch kleinere Änderungen. So in Sachen, wenn ihr das Backend auf dem Mobile Phone anschaut, dass da nicht ganz alle Spalten angezeigt werden. Aber das sind kleinere Sachen schlussendlich. Als ich die Folie gemacht habe, es waren 800 Pfeils, die geändert wurden, mit knapp 10.000 zusätzlichen Linien und 5.000, die wegkamen. Also es hat sich durchaus etwas getan, einfach zwischen 3.3 und 3.4. Also im Moment sind es ja einfach zwei. Also das BI ist eigentlich und das Protostar. Ja. Ja. Weblinks war der erste Schritt, wo man eigentlich mal das Proof of Concept quasi macht. Was müssen wir tun, woran müssen wir denken, was müssen wir alles bedenken, wenn wir das machen wollen, damit es funktioniert. Kommt gleich 3.5, die ist geplant, eigentlich November, wird auch später vermutlich. Das Hauptfeature dort ist mehr Erweiterungen optional machen. Da gibt es, also nach Roadmap mal, Kontakt, Newsfeed, dieses Messages, Com-Messages gibt es noch. Banner genau, ja. Banner ist noch so eine. Das sind auch so eher die Einfachen. Aber Templates, ja, macht durchaus auch Sinn. Was man die auch optional macht, macht keinen Sinn, dass man beide oder so viele. Eines muss man wahrscheinlich herinstallieren. Ja. Ja. Ist definitiv auch etwas, das man durchaus locker optional machen könnte. Das ist bei 3.5 eigentlich offiziell das Hauptfeature, dass man da diese Arbeit weiter treibt. Kommt dann auch darauf an, ob irgendwer das dann macht. Sollte jetzt einfacher sein, wenn wir sehen bei Weblinks, wie wir das machen wollen. Daneben gibt es eine relativ neue, ein halbes Jahr, so. Die Frontend Working Group, also Arbeitsgruppe, die haben sich zum Ziel gesetzt, jetzt als erster Schritt, dass die ganzen HTML-Ausgaben vom Core, was die mit OR1 überschrieben werden können im Template. Heute kann man das, wer die Sessions schon gesehen hat, für Komponenten, für Module geht das eigentlich problemlos. J-Layouts geht auch problemlos. Versucht mal das Vote-Plugin zu überschreiben. Das könnt ihr vergessen. Allgemein, Plugins wird sehr schwer. Formfields, wie die Checkboxen da mit diesen Bootstrap-Zeugs gemacht werden, da habt ihr auch ziemlich Mühe, das irgendwie zu machen. Überschreiben. Und hier ist die Idee, dass man das auch alles irgendwie mit J-Layouts lösen kann. Das ist dann schlussendlich auch simple neue Row-Arite im Template-Manager und das. Wäre es dann auch einfach das Standard-Kontakt-Formular so aufzubohren? Das sollte damit auch möglich sein, ja. Wenn du die Form fehlst, bearbeiten kannst. Meistens ist es nur ein Feld, was ich mehr baue, sonst greift man da für extra auf die Komponenten zu. Das wird, zusätzliche Felder, wird vermutlich schwerer. Nur mit dem. Aber da, die Session von Brian, hast du die gesehen? So was hilft da wahrscheinlich auch. Oder dann CCK oder so was. Geht es in diese Richtung. Aber das ist nicht, hier geht es wirklich nur um das HTML selber, das zu übersteuern können vom Template her. Ich habe gerade Checkbox, die sind im Bootstrap-Style irgendwie geschrieben. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie man so das Zeugs mit dem Label... Angie könnte das sicher aus dem Stehgreife erklären. Ich habe das mal einmal angeschaut. Dieses Repository hier, das CMS-Naked, das ist das Ziel von diesem Repository, die Arbeiten da drin, all diese Layout-Overwrites zu machen. Das, dass man die nachher vom Template her übersteuern kann. Sollte wahrscheinlich in 3.5 drin sein. Das ist der Roberto Segura, der das pusht. Und der wird auch der Release-Lider sein für 3.5. Ich gehe schwer davon aus, dass das sein Main Feature sein wird. Eventuell ein neues Template, das ist auch so eine Idee von ihm. Also ohne Bootstrap-Drei oder mit Bootstrap-Drei oder was. Das ist noch recht in der Schwebe, was da ist. Aber es ist auch so ein Thema, das er sich eigentlich auf die Fahne geschrieben hat, dass er da etwas machen will. Heisst es, dass die Lation 3 erst, also die Lation 3 erst auf 3.5 drin kommt? Kommt eben, kommt sehr darauf an, was er da macht. Was sicher nicht passiert, ist, dass wir die 2.3 ersetzen durch die 3. Weil das würde existieren. 2.3. Aber die 3 haben alle nicht. Ja, und die sind nicht kompatibel miteinander. Das ist das Problem. Also, dass das Mark-Up... Nein, weil es kann nicht sein, dass du auf 3.5 oder 3.99 upgradest und plötzlich geht dein Template nicht mehr. Das können wir flüssens mit Joomla 4 ändern. Und bis dahin geht noch viel Wasser... Was ist hier, da rein? Hinunter. Ja, das ist es zu diesem Thema. Eben, wie dieses Template, ob das kommt, wie das aussieht, das hängt sehr davon ab, was diese Arbeitsgruppe dann auch macht. Ist so eine Idee, weil das Thema kommt immer wieder hoch mit dem Bootstrap 3 oder auch eben unabhängig etwas zu haben, unabhängig vom Framework. 3.6 hat sich auf die Fahne geschrieben, die Mehrsprachigkeit zu verbessern. Hier geht es primär darum, so wie ich es verstanden habe, diese Übersetzungen zu machen. Heute hast du Verknüpfungen zwischen Artikeln und Many-Utems. Das ist super für Artikel. Das funktioniert wunderbar. Versuch das mal für einen Webshop zu machen. Jedes einzelne Item für jede Sprache doppelt, dreifach, vierfach. Also in der Schweiz mindestens vierfach, oder? Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Vielleicht noch Retoromanisch, oder? Vergiss das, das geht nicht. Das kannst du mit diesen Verknüpfungen, den Associations, das geht nicht. Und hier bräuchten wir eine Lösung, um das eigentlich übersetzen zu können. In der Praxis musst du nur den Titel und die Beschreibung übersetzen. Der Preis, der bleibt sich gleich. Es ist ja egal, ob das Englisch oder Deutsch ist. Oder die vorhandene Stückzahl oder die Farben. Das bleibt sich immer gleich. Nur der Titel und die Beschreibung, auch die Bilder oder so. Heute machst du das mit Jungfisch oder analogen Programmen. Ich glaube, Jungfisch gibt es noch gar nicht für Jumla 3. Ich weiss gar nicht. Jungfisch wird nicht mehr supportet. Oder wird gar nicht mehr supportet. Es gibt einen Fork, der heißt Landlandfisch, der genau einen Jungfisch schon aufgesetzt hat. Es gibt auch diverse Übersetzungen, also Komponenten, die das anbieten. Die Idee hier ist, dass wir irgendwas im Core selber machen können. Wie genau? Hier braucht es Leute, die gute Ideen haben und das dann auch umsetzen können. Aber es ist definitiv ein Problem, das wir lösen müssen, wenn wir die Mehrsprachigkeit wirklich ernst nehmen wollen. Und es ist ein Hauptfeature von Jumla, diese Mehrsprachigkeit im Core selber. Das ist etwas, das WordPress mittlerweile auch kann, aber noch nicht so gut wie wir. Gibt es da eine Idee, das Worten oder? Es gibt... Ja, also aus meiner Sicht ist das Beste, wenn man die vorhandenen Entwickler, die eben solche Lösungen schon machen, wenn man die kontaktiert und mit denen irgendwie an einen Tisch sich setzen kann, was am besten ist. Es gibt Ideen, dass man in der Datenbank eine Spalte dazufügt, mit einer konsistenten ID, wo man dann irgendwelche Lookups im Queryen drin machen kann. Da geht es dann vor allem auch darum, dass man eigentlich mit der gleichen ID denselben Artikel in verschiedenen Sprachen aufrufen kann. Nicht, dass jedes Mal diese ID auch noch wechselt, dass du es auch tracken kannst, dass du Hit-Counter tracken kannst und solche Sachen. Ja, es gibt ein paar Ideen. Der Jean-Marie Simonet hat da mal was diskutiert mit der Elin. Die Elin macht aber heute nichts mehr. Ja, das ist noch recht in der Schwebe. Bis Februar nächstes Jahr eigentlich mal angedacht. Ich vermute mal, das ist eines dieser Sachen, die sich dann etwas nach hinten verschiebt. Eben, weil es davon abhängt, ob wir jemanden finden, der sich dem auch annimmt. 3.7, das wurde mal mit Kompatibilitäts-Layer beschrieben. Hier geht es grundsätzlich darum, eben diese Problematik, Bootstack 2, 3, YAML, Foundation, was immer da. Da gibt es ja zig solche Frameworks. Und das wird ein Core-Output, den wir machen, den wir rausgeben, dass der eigentlich unabhängig vom verwendeten Template oder vom verwendeten Framework nutzbar ist. Eben Bootstack 2-Klassen, wie wir sie heute aus dem Core rausschieben, die funktionieren mit Bootstack 3 nicht. Da machst du mal Lower-Rights für alle Ausgaben. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass wir eigentlich so generische CSS-Klassen nutzen können, die dann einfach auf die verschiedenen Frameworks umgeschrieben werden können, mit Less, Mixings, Extents, was auch immer die heissen, dann wäre das eine super Sache für uns. Und Angie hat da gute Ideen, braucht Hilfe von Designern, die damit umgehen können mit CSS-Klassen. Und da bin ich sicher der Falsche. Ja, da muss ich noch viel lernen. Aber das ist ein Problem, das wir haben und das auch immer wieder aufpoppt, wenn wir das lösen können. Perfekt. Das wäre, deshalb haben wir das in der Roadmap, wie das eben bewerkstelligt werden kann. Da braucht es wirklich Ideen oder Manpower, Womanpower. Angie hat viele Ideen. Ja. Wird auch etwas entschärft mit der Arbeit, die die Arbeitsgruppe im Moment macht, mit diesen Lower-Rights, weil du dann immerhin mit Lower-Rights eigentlich ein anderes Framework nutzen kannst. Heute ist es nur beschränkt möglich oder aufwendig möglich. 3.8 sind wir dann... Die Termine eben. Wenn das Zeugs parat ist, für 3.5, 3.6, spricht nichts dagegen, das schon in die 3.6 reinzunehmen. Es wurde mal in die Roadmap reingenommen, zum zeigen, hey, wir sagen, das ist etwas Wichtiges. Das wollen wir adressieren. Da wurde mal abgeschätzt, ja, Routing, super Sache, aber so schnell, schnell geht das nicht. Deshalb mal Mitte nächstes Jahr terminiert. Der Hannes Pappenberg, der hat ein Projekt auf Indiegogo, hat er Geld gekriegt. Ja, ich weiss nicht, wie der aktuelle Stand ist. Er hat mal einen Pull-Request gemacht für die Unit-Tests. Den sollte ich, glaube ich, mal merchen. Irgendwer hat den mal Redit-to-Commit gesetzt. So, passt du es? Ja. Also, so vom Anschauen her, war der auch sauber, das ist gut. Ja, das Redit-Dokument, das ist noch nicht lange. Das war diese Woche, glaube ich, sogar. Ja, aber der Pull-Request ist schon länger offen. Der ist wahrscheinlich im Monat oder etwas drüber. Also eben, was er genau mit dem Routing, wie weit er da ist, da habe ich auch keine Information. Aber ich denke schon, dass da irgendwas kommen wird. Das ist ja sein Steckenpferd. Ja, genau. Und man hört immer wieder, dass er das machen will. Und da habe ich eigentlich keine Angst, dass er jetzt da darf, wird er das machen. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Das zeigt auch, dass es ein Ziel ist, das nicht aus der Luft gegriffen ist. Im Moment sind auch Pull-Requests offen, um dieses Advanced-Routing einzuschalten können. Das gibt es seit 2.5 irgendwann wahrscheinlich mal. Wurde es mal eingebaut. Oder sogar schon noch kälter, weiss ich gar nicht. Das wäre dann das Routing ohne ID. Also nur mit einem Alias. Es gibt dann etwas schönere URLs am Schluss. Ein anderes Thema sind die Microdatas, Strukturdata, die Google gerne hat, um eure Artikel oder Rezepte oder was auch immer dann in den Suchresultaten auch schön darzustellen können. Da gab es letztes Jahr ein Google Summer of Code Projekt für eine Microdata Library. Diese ist integriert im Core. Die kann man nutzen, wenn man will. Das Problem, das ich sah und mittlerweile Alexandru, der das gemacht hat, der hat das auch gesehen. Die ist sehr kompliziert zum Benutzen. Und das will ich eigentlich keinem Endbenutzer irgendwie zumuten müssen, dass er das selber schreibt. Es gibt auch so gut wie kein Tool. Es gibt was in Englisch, aber auch schon wie können. Ja, genau. Du kannst dann Fallbacks definieren. Es ist genial, was er gemacht hat. Die ganze Bibliothek verifiziert diese Tags, die du da reingeschrieben hast und zeigt sie nur an, wenn sie auch gültig sind. Also wenn du da eine Zutaten-Tag hast und eigentlich einen Artikel anzeigst, dann werden die Zutaten nicht ausgewiesen, also mit diesem Tag. Das geht nur für Rezepte. So. Und das wird alles geprüft durch diese Bibliothek. Ist genial. Absolut, was er da gemacht hat. Er hat jetzt in diesem, dieses Jahr, Google Summer of Code, hat er ein Plugin noch geschrieben. Plus die Bibliothek erweitert mit RTF-A, irgendwie so heissen die. Eine andere Variante von diesen Strukturdaten. Das Plugin sieht dann so aus. Das ist das, was ich hier, da kann ich auch noch etwas grösser machen. So, hier habt ihr euer Tag, was immer es ist, H3, P, Li, was immer dann. Und dann nutzt ihr dieses Data-Attribut, Data-SD. Dieser Data-Attribut, das ist HTML5-Zeugs. Da könnt ihr grundsätzlich reinschreiben, was es ist. Das ist immer gültiges HTML. Das SD steht für Strukturdata und hinten schreibt ihr den Typ, dieser Artikel, was immer es dann ist. Und dann kommt euer Content da rein. Und die ganzen zusätzlichen Tags, eben Zutaten, Autor, es gibt ja da tausende, eine ganze Liste, alles Mögliche. Die könnt ihr auch ähnlich wie das, ist dann mit Doppelpunkt noch etwas, aber eigentlich eine einfache Semantik, wie man das reinschreiben kann. Das Plugin schreibt das dann um, lädt diese Bibliothek, wird alles verifiziert und wenn alles okay ist, kommt am Schluss korrekte Strukturdata oder RTF-Microdata-Zeugs raus, ohne dass ihr da genau wissen müsst, wie du das jetzt schreiben musst oder formatieren musst. Das ist schon noch etwas tricky, das Zeugs. Ja, das Plugin müsste auch einfach noch etwas getestet werden, ob das funktioniert und dann, eigentlich könnte man das schon jetzt merchen, das würde funktionieren. Der Alexandru wird noch einen zusätzlichen Pull-Request dann machen, dass da die ganzen existierenden Microdata-Tags, die jetzt vorhanden sind im Core, dass die dann auch so funktionieren. Das hat auch den Vorteil, wenn ihr das Plugin deaktiviert, sind die ganzen Strukturdata eigentlich weg, da habt ihr noch diesen, das bleibt natürlich, aber grundsätzlich das Ganze gedönnt, diese Tags, die da eingefügt werden dann und allenfalls den HTML-Output verändern, das ist dann weg. So, dann sind wir 3.9. der Media-Manager, das wird auch so alle paar Monate, wird das wieder gewünscht, dass man den doch mal gefälligst verbessern sollte. Gibt es mittlerweile auch einen Pull-Request dafür, von Budima, Vievera, keine Ahnung, wie man das ausschreibt, ist ein Inder, der war letztes Jahr im Google Summer of Code Projekt, ist mittlerweile ein super Contributor, der ist wirklich, mit dem hat es einen Ärmel reingenommen und der ist dabei jetzt und der hat Anfang Jahr damals sich wirklich Zeit genommen, hat etwa drei Monate investiert, wo er immer wieder an diesen Media-Manager geschrieben hat. Das sieht schon sehr toll aus, hat noch ein paar Schluckauf da, die man bearbeiten muss und muss getestet werden, natürlich. Und von der Architektur her gibt es auch noch ein paar Abhängigkeiten mit den Sachen, die George Wilson macht, mit den neuen MVC-Zeugs. Aber so als Highlight eigentlich, was er gemacht hat, das Teil bleibt sich eigentlich gleich, das Bild kannst du angucken. Neu hast du hier auf der Seite, das sieht es jetzt auch nicht so toll, aber eigentlich kannst du dem Bild Titel geben, ein Alias, Beschreibung dazu, Kategorie, Tax, eigentlich so das Übliche, was du in einem Artikel auch machen kannst. Und das Ganze kannst du dann, also wird in der Datenbank gespeichert, kannst du natürlich dann auch filtern, könntest du auswerten, könntest eine Bildergalerie machen mit einem Plugin, die nur Bilder aus dieser Kategorie holt oder nur mit diesen Tags holt, könntest dynamisch ein Bild immer mit dem passenden Tag zum Artikel anzeigen. Möglichkeiten gibt es dann viele, was man da machen könnte. Er hat sich nur mal aufs Backend beschränkt, dass man das erfassen kann. Die ganze Anzeige-Geschichte können dann Dritterweiterungen, grundsätzlich eben ein Plugin, das da dynamisch ein Bild anzeigt. Ja, ist vorstellbar dann mit diesem. Was er auch gemacht hat, das sind die oberen Buttons da, die sind hier. Ihr könnt dieses Bild neu im Backend, im Media Manager drin bearbeiten. Größe ändern, Crop, also beschneiden. Es gibt ein paar einfache Bildbearbeitungsfilter, so Schwarz-Weiss-Filter, glauben, so Sachen, die man da machen kann. Diese Briefmarkenbildchen, Thumbnails erstellen. Einfach so einfache Bildbearbeitungsfunktionen, die hat er da eingebaut. Die funktionieren auch, das ist recht cool. Und was er auch eingebaut hat, ist dieser Jack-and-Drop-Uploader. Also nicht mehr durchsuchen, wo war es jetzt nochmal, durchdrucken und da einfach reinziehen. Das funktioniert auch soweit eigentlich ganz gut. Der einzige Haken ist im Moment noch, wenn du das Fenster zumachst, wieder aufmachst, ist dieser Balken immer noch da. Aber es ist ein kleines Problem im Moment noch. Es ist einfach, es wird nicht resetet, aber das ist lösbar. Aber sonst, ja. Hochladen, er zeigt dir die Fehler an, wenn etwas nicht gepasst hat. Ja, das funktioniert eigentlich schon recht gut. Muss getestet werden und dann bin ich sicher, das dauert nicht bis August 2015, bis wir das merchen, sondern das können wir durchaus früher angehen. Ja, 3.10 und das ist dann glaube ich schon der Letzte, der in der Open App ist. Das wäre dann Oktober nächstes Jahr, dann schon bald Ende nächstes Jahr. Neues Admin-Template für das Backend, weil, wer nutzt Hathor? Nutzt das irgendwer? Dieses komische Template, das irgendwie so ganz lustig aussieht. Vermutlich nutzt das gar niemand mehr, diese Variante. Das Isis, das ist sehr gut. Es hat ein paar Accessibility-Probleme, die auch Angie sehr gut erläutern könnte. Hier ist einfach der Gedanke, dass man ein besseres Template macht, ob das ein zusätzliches ist, und man die bisherigen wegschmeisst, oder ob man das jetzige Isis einfach noch verbessert im Hinblick auf diese, wie sagt man das auf Deutsch, Accessibility-Probleme? Barriere. Ah, Barrierefreiheit, genau. Usability. Usability. Das ist aber auch nicht Deutsch. Benutzerfreundlichkeit. Ja, aber hier braucht es auch Leute, die das können. Das sind in der Regel auch nicht die PHP-Leute, sondern mehr so CSS-Designer. Ja, also wer Lust hat, da was zu machen, herzlich willkommen. Ja, es muss auch nicht unbedingt bis nächstes Jahr gehen, aber das ist auch nicht jetzt das Dringendste, von daher wurde es Ende nächstes Jahr mal hingestellt. Ja, 3.11 wäre dann Dezember. Das ist noch offen. Vielleicht wird es nicht CCK. Vielleicht kommt auf euch drauf an, was für Ideen sind, was für Probleme wir bis dahin haben, wo der Schuh drückt. Ja, das wird auch laufend etwas angepasst, diese Roadmap. Ja, es soll etwas Dynamisches sein. Wie geht es weiter mit dieser Roadmap? Wie gesagt, das ist mal eine quasi eine Ideensammlung, ein bisschen eine erweiterte Ideensammlung, was wir eigentlich wollen. Ohne Freiwillige wird das eine Ideensammlung bleiben oder es verschieben sich die Releaser wie jetzt. Wir haben für 3.4 nicht wirklich so das Main Feature bis jetzt. Wenn Weblinks und das Composer reinkommt, können wir es releasen. Und sonst wird das ja einfach noch etwas vor uns hergeschoben, bis wir dann wirklich etwas haben, das es wert ist, eine 3.4 rauszugeben. Freiwillige brauchen wir. Irgendwer muss die Ideen haben, wie setzen wir das um. Das sind dann so Architekt-Typen mehr in diese Richtung. Jemand muss es schreiben, den Code. Das sind dann PHP-Leute oder eben Designer. Und am Schluss, wenn dann der Pull-Request hier ist, muss das auch irgendwer testen. Das sind dann vielfach auch normale Benutzer, die das machen können. Da gibt es mittlerweile gute Tools, den Patch-Tester-Komponente, die hier extrem helfen. Da kannst du klicken, das wird der Pull-Request installiert auf deine Installation. Du kannst das Zeug testen. Am Schluss machst du den Reverb-Button. Das Zeug ist wieder auf dem Originalzustand. Und das kann eigentlich jeder Benutzer, kann das, denke ich mal, wenn er weiss, wie er eine Komponente installieren kann, dann geht das. Ist wirklich einfach für die meisten Sachen. Nicht ganz alle, es gibt ein paar Sachen, die komplexer sind. Für den Patch-Tester gibt es Tutorials, mit Video habe ich gesehen, wie man den auch nutzt. Und sonst issues, Joomla.org ist natürlich Anlaufstelle, zum überhaupt zu sehen, was gibt es überhaupt, was könnte man testen. Die Liste sieht man auch im Patch-Tester selber, man kann sie durchsuchen. Das wäre es eigentlich soweit von meiner Seite. Es sind noch Fragen. Sonst, meine Wenigkeit ist unter Backwall eigentlich überall erreichbar, Twitter, Facebook, Google Plus ist glaube ich auch Backwall, sonst backwall.ch, backwall.net, und die E-Mail-Adresse ist thomas-wunziger-community-joomla.org. Ja, sonst bin ich am Ende der Roadmap angelangt, zeitlich. Ich habe wie genau hier und der Rechte weitermacht vorwärts ist das Und das ist ein